Musik 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 Das ist der berühmte Wielandberg, wo die Schnapsbrennerei von Stubenberg ist. Und wenn dann jetzt noch die Sonne durchbricht und die verschneibelte Hügellandschaft ins Licht taucht, das ist ein Traum einfach. Kommen Sie mit und genießen. Musik Schauen Sie mir den Schnaps aus. Da sind wir nicht nach. Das ist nicht nach. Musik Musik Das ist jetzt ein ganzer Müder. Prost. 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 Auf tausend, gesundheit ist wichtig. Das ist ein sehr direkter Dissert. Prost. 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 Also. Auf tausend. Ein guter Geist. Aber guter Geist. Aber guter Geist. Prost. Auf tausend. Gesundheit ist wichtig. Das ging es ja, also bis zum Wohl. Prost, ein kurzes Nice, gell? So, 120. Trinken wir noch was? Ja, zwei Läden. Eine alte Dame sitzt daheim und weil ihr fad ist, dann zinkt sie sich ein Glas allein und schaut in den Spiegel hinein. Sie lacht und lacht und guckt und guckt, auf einmal lacht sie wie verrückt, sie lacht so blechern wie ein Schirm und sagt, die Schühe soll von Gunnieren. Ja, geht. Es gibt ja gewisse Dinge, da muss man einfach sagen, da kann man das Leben nicht so aussuchen, wie man sie immer möchte. Da kann man nicht nur rebellieren, sondern man muss es so nehmen, wie es ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man kann es nicht filmen, oder? Es ist halt dieses Mysterium, wie man die Welt verändern muss, aber so nehmen, wie sie ist. Ja. Das ist der Jüngste. Als Jüngster hat man immer besonders den Bonus, dass man mit einem gewissen Muttergefühl bedacht wird, deswegen werde ich halt oft vorgeschickt. Auch die Russenhaube, es humanisiert Bedürftigkeit, den roten Stern, und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz gutes Setting. Wir haben uns gefreut, und wir freuen uns jetzt auch. Mich freut es, dass die jetzt ja wieder kommen. Wenn man die von unten aufhört beim Nachbarschan, da kommt eine ganz schöne Musik wieder. Und dass das immer wieder ist. Ich find's toll, dass ihr das macht. Die alten Breiche sollten wir nicht angekommen lassen. Dann gehört auch das weitergeführt. Das ist eine gute Idee, um wiederzukommen. Das ist schön. Freibetags, wenn's alle wiederkommen. Und jetzt werden wir mehrer werden. Ja, das ist das Schöne, dass wir mehrer werden. Gibt's noch. Gibt's aber nicht ein wenig eine Leid um deinen Schlapps? Du, für echter Bockmol. Nein, für echter Bockmol. Aber die sind von so ein bisschen. Trink mir doch mal.